In der Woche vom 18. Januar hat Microsoft bei der Developer Direct zum aktuellen Stand von gleich drei Game Highlights in 2024 ausgeführt. Hellblade, Avode und Indiana Jones. Und eins haben alle gemeinsam, den Day One Game Pass Release. Und da es zwischenzeitlich schon mehr Game Pass Abo Varianten als eben genannte Spiele gibt, zeige ich dir in diesem Video kurz und knapp den Unterschied zwischen dem Core, PC, Konsolen und Ultimate Game Pass. Viel Spaß! Servus Leute, ich bin Slippin' Chimmy und auf meinem Kanal dreht sich alles rund ums Gaming. Wenn du dich also dafür interessierst, dann lass doch am besten jetzt gleich ein Abo da und ansonsten legen wir nun los mit diesem Video. Wie eingangs gesagt, gibt es mittlerweile vier verschiedene Abo-Modelle für den Game Pass. Da kann man schon mal leicht den Überblick verlieren. Los geht es dahingehend mit dem neuesten Modell, nämlich dem Game Pass Core. Wie der Name schon verrät, erhaltet ihr hier die Basics zum Zocken. Dementsprechend bietet euch der Core die Möglichkeit zum Online-Zocken und darüber hinaus auch immer mal wieder Angebote zu Games. Letztlich handelt es sich also bei diesem Angebot unterm Strich um das ausgelaufene Xbox Live Gold und auch der Preis ist mit 96 genau gleich. Jeden Monat neue Games gibt es allerdings nicht mehr und auch wenn das Ding Game Pass heißt, habt ihr keinen Zugriff auf die große Spielebibliothek. Dafür gibt es jedoch eine gezielte Auswahl von über 25 Games, darunter alte Hits wie Doom, Halo, Forza Horizon und Ori. Wer also von der großen Spielerauswahl und Day-One-Xbox-Titeln profitieren möchte, der muss schon mindestens zum Game Pass für Konsolen oder für den PC greifen. Je nachdem, auf welchem System ihr eben bevorzugt unterwegs seid. Der Game Pass für die Konsole kostet dabei 10,99 und bietet wie auch der Core den Zugriff auf Rabatte und Co., Online-Multiplayer und den Zugriff auf Day-One-Games und den Game Pass-Games. Für den PC ist das Ganze bei gleichem Inhalt noch einen Euro günstiger und kostet 9,99 und das, obwohl hier auch noch EA Play mit eingebunden ist. Wollt ihr EA Play auch auf der Xbox über den Game Pass, müsst ihr zu Ultimate und somit auch der teuersten Variante greifen. Diese verschmilzt dafür aber auch den PC- und Konsolen-Game Pass und bietet euch Zugriff auf alle Games. Zusätzlich bietet euch diese Variante weitere Benefits wie Probeabos oder Upgrades und G-Micks für eure Games. Ebenso bietet sie die Möglichkeit des Cloud-Gamings. So könnt ihr also theoretisch von überall mit guter Internetverbindung zocken und seid nicht an eure Konsole oder den PC zum Zocken gebunden. Preislich kostet euch das Ganze dann aber auch 14,99. Zockt ihr selbst mit dem Game Pass oder lasst ihr die Finger davon? Und welche Variante ist für euch die richtige? Schreibt es in die Kommentare, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Peace.